Das ist Lisa. Also, Lisa geht jetzt Bonbons essen. Wie heißt sie? Ahoy-Brause-Bonbons-Villagros? Warte. Ahoy-Brause-Bon... Nein. Ahoy-Bonbons-Hindlehrer mit prickelnden Ahoy-Brause. Ja, das ist ganz toll. Und wir sind halt bis zum 1. 2011. Wir liegen hier schon ein paar Jahre. So, und nun, nun... Wow. Jetzt geht Lisa das Essen. Ich muss das mal aufmachen. Ja. Danke sehr. Was filmst du? Ich meine Hose filmen. Hose fängt. Oh, sie sind eh geklebt. Ja, wir sind vor Widersch. Iiii... Ich hoffe, sie schmecken eklig. Du wirst ja nachher sehen, wenn ich kotze. Schön. Eigentlich noch ganz okay. Lecker. Äh... Lecker. Ja, sie wollen sie alle sehen. Ah! Trinke! So. Eigentlich alle diese Bonbons verlosen wir nun, wenn ihr das Braten bezahlt. Und wenn ihr schreibt, wie nun ihr seid. Ein... Einen Bonbon. Von 2011. Nein, nein, wir... Wir versenden das so. Wir... Ihr kriegt dann so einen geilen Brief von uns. Ja. Ihr müsst nur schreiben. Ähm... Ja, irgendwas schreiben. Was denn dieser... Der wird uns dafür sagen... Als nächstes tun wird. Ja. Was man als nächstes tun soll. Das müsst ihr schreiben. Okay. Ja, ist ja mal geil. Geiler Stift. Okay. Ciao. 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 Ciao.